Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch, liebe Leute. Also los geht's, ohne viel Gelaber oder Aber. Einfach BAM. Okay, wir haben ein Match, liebe Leute. Okay, ich bin der Einzige. Schnief. Ja, kein Wunder, wenn man so tief runterfällt. Mal gucken, was wir jetzt draus machen werden. Na komm, lad. Hopp, hopp. Okay, da wo ist ein Jatta. Ander ist Blödsinn. Ander bringt gar nichts hier. Weil, hat er sich zum Boosten. Warum Junkrat? Hm. Na egal, lass doch mal machen. Das ist mein Freund. Tschüss, hallo. Dann gucken wir mal, wie wir das hier machen. Jo, jo, jo. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Runde eins. Okay, let me go. Los, los. Genau, Roadhogs. Du sagst das. Na, 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 na. Hier wird keiner sterben. Na, 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 na. Mal, Beeper. Schnell hoch mit dir. Ganz schnell hoch. So, wunderbar. Schauen wir mal hier drauf. Schnell. Zack, zack. Na, Beeper, kommst du her? Oh, 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 oh. Schnell zurück, zurück, zurück. Knapp. Aber, aber, aber. Was für ein Battle hier. Halleluja. Komm her. Ich muss zurück, ich muss zurück. Okay, weiter drauf, drauf, drauf. Jawohl, sehr schön. Na, na, na. Wo kommt der? Ah, shit. Das war zu spät. Wo war denn mein Team einfach mal? Minch. Auch ein Fehler von mir. Ich hätte einfach Rückzug machen sollen. Na, kann passieren. Was? Ich habe mit 805 Silber. Das stimmt doch was nicht, Leute. Wir sollten uns sammeln. Na, lasst du meinen Kollegen da in Ruhe? So, Mädel. Komm, einmal drauf. Und go, 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 Leute. Sehr schön, sehr schön. Na, komm her, wie war. Wo so? Na, aua, 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 aua. Mein Leben. Aber, Stimme, sie hat nicht mehr viel. Und du auch nicht mehr. Komm her. So, wunderbar. Sehr schön. Ich bin nicht, bin echt nicht mehr warm hier. Gut, wenn man so lange Pause macht. Na? Was soll das denn hier? Na, na, na. Komm. Kriegst du noch ein bisschen Leben von mir? Uh. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Kommt jemand um die Kurve? Das wäre super. Ne, leider nicht. Aber schon ein solcher, der gleich tot ist. So, komm her. Weg mit dir. Weg. Na, komm, wie war. Mach dein Ulti. Na, das war nix. Bleibt mal bitte hier, Jungs. Bitte, 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 bitte. Okay, rein da. Komm. Ich muss den heilen. Nein. Ich hab gesagt, ich könnte dich noch heilen. Sehr schön, Jungs und Mädels. Wo ist er? Wo ist er? Na, da. Okay, ich kann nix mehr machen. Da kann ich nix mehr machen. Gegen. Und komm, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Schon mal zurückzug. Jawohl. Sehr schön. Aber ich hab auch ziemlich mies gespielt, also. Aber komm, ich mach immer Pause und immer, wenn ich eine Aufnahme mache, in dem nächsten Tag oder spätestens, naja, eigentlich im gleichen Tag, spätestens, im nächsten Tag veröffentliche. Und davor hab ich nichts gespielt. Egal, Hauptsache, wir gewinnen. Ich rede doch schon, wir reden doch schon irgendwie hin. Ein Augenblick für meine Meditation. Ich hab mich mal Angst, dass ich total im Versagen bin, weil ich so lange Pause mache. Naja. Machen wir mal auch mal einen Spruch. Was haben wir denn jetzt alles? Da, 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 da. Okay, aber nix ging fairer. Das ist schade. Immer noch nicht. So, kriegst du erstmal was ab hier, Jumpy. Wenn du schon vorne hüppst, ich kenn dich doch. Zack, einmal rein. Komm her, Reaper. Äh, Reaper sag ich schon. Solcher. Äh, Reinhard. Jetzt haben wir es aber. Oh, 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 oh. Uh, Hilfe. Danke. Vielen, vielen Dank, Jungs. So, sehr schön. Na, na. Hast du nochmal Schwein gehabt? Wo ich so blöd bin zum Treffen. Komm, komm, komm. Na, 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 na. Lässt du dir bitte mal in Ruhe? Oh, 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 oh äh, zu heilen. Aber so kann man sich täuschen. Genau, macht mal, Jungs. Räumt ihr mal auf. Ich versage hier. Ihr räumt mal auf. Na, 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 na. Weg mit dir, Junge. Wo, 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 wo. Lass mal heilen. Und es ran und rein hat. Na. So, wunderbar. Sehr schön. Jawohl, komm, auf drauf, drauf, drauf. Yes. Bist du auch noch. Was? Wo ist der Reifen hin? Hä? Okay. Ist mir egal. Hauptsache, wir haben die alle umgeboxt. Na, kommt. Habe schon mal einen Schnuff hier gesehen. Jo, mach mal. Guck mal, für die Entdeckung, Jungs. Nix da. Kannst du vergessen. Boah, ich habe nicht mal gecheckt, wo ich bin. Oh, nein. Schade. Aber wir sind gut im Vorsprung. Sollten wir packen. Oh Mann, das wird wie ein langer Battle. Okay, 85%. Das ist schon mal nice. Okay, schnell hochbekommen. Na, komm. Geh doch mal nach vorne. Mädel. Du bist hier der Tank, nicht ich. Na, 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 na. Lässt du mal bitte. Komm, 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 komm. Jetzt weg, Elsa. Schnell hoch. Hoch mit dir, hoch mit dir. So. Nix da, Mercy. Tschüss. Wunderbar, wunderbar. Oh, das ist schön, dass er der Einzelne ist. Na, na, na. Lässt du mich bitte mal in Ruhe? Uh, er mag mich. Verdammt. Komm, Jungs. Pack dir. Ja, geht doch. Komm, jawoll. Sehr schön. Ich sollte mal früher aufnehmen, wenn ich mal ein bisschen mehr Action bringe hier in die Aufnahmen. Ich bin ein bisschen... Müde. Aber, ja. Ich muss auch wieder im Sechster raus heute. Naja. Erst mal applaudieren für alle. Was haben wir jetzt eigentlich zur Auswahl hier? Boah, fast. Schön, dass ihr immer noch keine Pharah geholt habt. Haben die echt froh drum. 4, 3, 2, 1, und go. Wunderbar. Wir ziehen. Verlager. Zack. Du bekommst mal ein bisschen Heilung von mir. Na. Na, 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 Reinhardt. Nicht so weit nach vorne pushen hier. Uh, verdammt. Mist. Ich kann dir nicht mehr helfen, Reinhardt. Tut mir leid. Aber dafür habe ich dich noch mitgenommen hier. Ne, 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 ne. Kannst du vergessen. Na, komm her, Mercy. Na. Von der Seite hier. Boah, hopp. Shit. Er hat mich nicht erst getötet. Was war das? Ah, McRee. Du kleine, miese Ratte, du. Der Kreislauf beginnt von vorn. Ja, Silber Damage. Mehr brauche ich uns zu sagen. Mein Ultimate ist bald bereit. Denke ich immer. Na, komm. Macht mal hier weg. Schön, Mercy ist weg. Na, komm. Komm, komm, komm. Schnell heilen, komm. Nix da. Ihr bleibt mal am Leben hier. Habt ihr vergessen. Uh, Reinhardt, Reinhardt. Bleibt hier, Jungs. Na. Was war das denn? Okay. Gut. Schnell hoch mit dir wieder. Komm her. Hahaha. Da habe ich schon mal einen Reinhardt-Pupo gerettet hier. Autsch. Nichts, nicht so weit nach vorne. Wo ist er? Wo ist er? Weg mit dir. Wo kommt du auch noch? Ah, schade. Schade, schade, schade. Schokolade. Es kommt vom Puschen. No, und push, please. Obwohl. Oh, das sieht richtig gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bereit für die Transzendenz. Oh, oh. Bosa. Okay, einen hat er erledigt. Nicht gut. Randa. Komm, komm. Randa. Lieber mal ein bisschen pushen hier. Da oben war der. Aha, du miese Ratte, du. Okay. Haben uns alle mal unsere Ultis einfach mal sinnlos verschwendet. Ich ja ebenfalls. Oh, oh. Ah, wie geil war das denn? Na, 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 na. Ich stehe mal zurück. Kommt rüber, kommt rüber. Jungs, schnell rein hier. Jawohl, der ist schon mal weg. Yes. Weg mit dir. Jawohl. Haha, nice. Hab ich auch mitgenommen. Oh, wie schön. Hammer, echt schön gewonnen noch, ja. Aber ich hab kein Silber mehr. Ne, ich hab Bronze. Hab mich schon gewundert, ey. Highlights des Matches. Jolo, zwack. Okay. Alter, haut dir aber echt böse um. Brum, brum. Bam, bam. Hahaha. Schön mit dem Hammer übergebrötzelt hier. Ja, ja. Oh, danke, danke. Oh, thanks. Ich hab mir auch mal einen gegeben, geb ich zu. Da hätt ich keine 5 gehabt. Aber na. Oh, und wir haben sogar noch ne... Schöne, schöne Lootbox haben wir auch noch. Na, öffnen wir die mehr. Mal schauen, was mir willkommen. Na, ich kann mal schon wieder... Ah, bald sind wir wieder auf 2000. Gott sei Dank, ey. So, jetzt aber Lootbox. Und... Wuii. Ah, nur Crab wieder. Und hab ich bin mal alles. Oh, bis auf hier McRee. Siegerpose. Und spiel ich eh nicht. Okay, Leute. Dann verabschiede ich mich mal. Lasst mir noch einen Daumen doch da. Oder vielleicht ein Abo. Oder vielleicht ein Kommentar. Ich würde mich echt sehr freuen. Also, Leute. Man sieht sich. Man hört sich. Man schreibt sich. Bis dann, neue Trixi. Ciao.